Herzlich Willkommen zur Deutschlanddiagnose. Was läuft alles falsch in Deutschland? Und heute geht es ums Thema Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. An meiner Seite ist Dr. Nikolaus Fest. Er ist Mitglied des EU-Parlaments und dort eben zuständig für Rechtsstaatlichkeit und Demokratieaufgaben in der Europäischen Union. Die Souveränität muss wieder zurück nach Deutschland. Deshalb hoffe ich sehr, dass es in zehn Jahren keine EU-Kommission in dem Sinne mehr geben wird, sondern kräftige, selbstbewusste Nationalstaaten, die wieder ihre eigene Politik machen.